Über die Wahrheit hast du eine direkte Verbindung zwischen persönlichem Sinn und Krankheit. Wir sagen dort, dass persönliches Sinn das einzige Mal der Erfolg von Krankheit ist. 1. Korinther, Kapitel 5. Nehnt, wenn ich in der Art, wo Paulus nur der Korinther redet, sagt, Willst, wer so essen und trinken wird, dort hei Christus, die in den Tärper und sein Blut nicht achten wird, der bringt du dich dort gerecht über sich. 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5.